Er ist Müsli. Du musst ja wissen, das Verhältnis, wenn du das Müsli reinmachst, das geht ja andersrum nicht. Du könntest das Verhältnis schon auch andersrum machen. Nee, das ist schwierig. Das versinkt und der Meistus. Müsli in den Mund und Milch reinkippen. Ja, aber das ist auch zuerst Müsli. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, was für eine Frage. Ich finde Ananas erfrischend. Ja, das ist so verboten. Doch! Weil wir gegen die Römer kämpfen und den Italienern das gar nicht gefällt, sage ich Ananas auf die Plätze. Neue. Barbaren 2. Eine neue Welt. Skippen. Wenn's gut ist, anschauen. Kommt drauf an, die Anfang. Beim ersten Mal angucken und dann skippen. Alleine. Alleine weiter gucken. Ganz klar. Uh. Wenn man arbeiten muss oder wenn man es einfach hat. Also Latein zu können mit Schnipper mache ich sofort. Und lest mal bitte nicht. Ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, diese scheiß Sprache zu lernen. Also bitte. Hört euch das an. Guckt ihm ins Gesicht. Römer. Baba. Das bin ich ganz schön hin und her gerissen. Das kann ich dann jetzt. Bruder. Entscheide dich. Auf welcher Seite willst du stehen? Okay. Schatz. 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 Schatz.